Und ich sehr verdenke, was magst du mit dem T-Shirt verbinden? Ich hab also Sister Mercy, Daumhouse, Death of the Car, Felix Ruhl, Hermutka, auch Daryl Streets, aber auch Hardcore-Café. Wahrscheinlich Touristen, die nach London, New York und San Francisco Kannst du da lesen? Kannst du da lesen? Was so ein Schatz ist? Ja, das war's aber nicht. Lass mal Lovecraft. Lovecraft lesen. Lovecraft, H.P. Lovecraft. Lovecraft. Das ist ein Autor. Aber kein Musiker, vergiss nicht! Okay, also, das Ganze zusammen sind, T-Shirts, okay? Guck mal weiter aus dem T-Shirt sein, aber wir haben viel Spaß heute noch nie, okay? Walking on both sides. Yeah! ich bin erstmal. Es dann weiter aus dem T-Shirt. Es läß nicht herum, doch mal etwas päassungslos. Im Wel fühltünde an Bubscher Schiff? Ja. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020